Wir sind einkaufen. Ja, und es kann sein, dass ihr uns nicht hört. Das ist bisschen doof. Ja. Ja. Aber wir gehen jetzt einkaufen. Erstmal sehen wir hier die Wurz. Ja. Sie sind bei Edeka. Ja. Und ja. Also, wir wollen Süßigkeiten kaufen. Ja, wir wollen Süßigkeiten kaufen. Und zwar. Ja. Was willst du kaufen? Also, wir machen auf jeden Fall noch ein paar zwei. Ja. Also, weil das wird zu lang. Ähm. Hä, wo sind die? Die gibt es einfach nicht. Warte kurz. Also, wir wollten, oh mein Gott, was ist das so unscharf. Wir wollten Drachenzone kaufen. Ja. Oh mein Gott, warum? Ja, also hier genau. Die wollten wir kaufen, die gibt es nicht mehr. Willst du was anderes kaufen? Ich weiß es nicht. Ich bin doch mal hier hinter. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht gummibärchen? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht gummibärchen?